Gut, wir haben hier eine Reihe, wo wir Portfolios bewerten. Das heißt, du sendest mir dein Portfolio zu und ich checke das ab und gebe meine Meinung dazu, gebe Verbesserungsvorschläge und so weiter. Wir haben bisher fünf Folgen dazu schon abgedreht und die Videos kamen auf jeden Fall sehr gut an. Deswegen machen wir das natürlich auch weiter. Geplant ist das circa jede Woche und da das eben auch so gerne gesehen wird, dachte ich mir, ich mache jetzt nochmal ein ganz, ganz einheitliches Video, wo ich dir erkläre, wie du mir das am besten sendest. Welche Kriterien alle erfüllt sein müssen und so weiter. Das heißt, es ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich dich sogar auf dieses Video hier verlinkt habe, damit du mir ganz genau deine Sachen zusenden kannst, damit du dann auch womöglich der Nächste bist, den ich analysiere. Wenn das für dich gut klingt, dann zeig mir gerne den Support mit einem Like und wenn du keine weiteren Portfolio-Updates verpassen möchtest, dann gerne auch schon mal ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, wie gesagt, einmal wöchentlich ist angepeilt. Und deswegen würde ich mal sagen, wir starten auch gleich in die Kriterien rein, wo du mich anschreiben kannst und so weiter. Und zwar für die OGs, ihr solltet das eigentlich sogar kennen. Ich habe das jetzt alles nochmal optimiert, damit man wirklich gar keine Probleme hat. Und zwar Punkt Nummer 1, die Einsendungen. Du hast folgende Möglichkeiten, mich zu erreichen, mich zu kontaktieren. Und zwar Step number 1 auf Telegram. Das schreibst du mir am besten privat oder auf Instagram. Ganz wichtig, ich habe ja eine Telegram-Gruppe. Ich zeige dir auch ganz genau mal, wo du da hingehen musst. Da habe ich mir jetzt ein Beispiel rausgesucht. Du gehst einfach unten in die Beschreibung und dann kommst du eben zu meiner Beschreibung. Neben dem Cointracking-Link, dem Ledger-Link, meinen Börsen, die ich benutze, scrollt man etwas weiter runter und dann siehst du eben auch schon, sei ein Teil der Community. Und da hast du entweder die Möglichkeit, auf Instagram zuzugreifen oder auf Telegram. Dies ist der offizielle Instagram-Account, wo du mich persönlich auch anschreiben kannst. Der ist derzeit zumindest noch inaktiv. Der wird sehr wahrscheinlich ungefähr im April oder im Juni starten von 2023. Nichtsdestotrotz kannst du mich trotzdem hier anschreiben. Wichtig zu wissen, ich bin da sehr, sehr selten online. Das heißt, wenn ich persönlich nach Portfolios schaue, dann komme ich trotzdem auf Instagram online. Also sei nicht enttäuscht, wenn ich da jetzt mal eine Woche nicht reingucke oder so. Ansonsten, wo du mich auch noch besser kontaktieren kannst, ist auf Telegram. Also Telegram natürlich auch verlinkt. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Da kommst du nämlich durch den Link in diese Telegram-Gruppe hier rein. Da siehst du auch, das ist die offizielle Telegram-Gruppe. Es gibt keine andere. Alle anderen sind fake. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass du hier t.me-taken eingibst. Okay, kein Taken-Krypto, weil das ist so eine komische Bot-Gruppe. Also zusammengefasst, entweder Instagram privat schreiben oder hier der Telegram-Gruppe joinen und mich da dann privat anschreiben. Genau, das heißt, Thema Erreichbarkeit hätten wir abgehakt. Sollte es eigentlich keine Fragen mehr dazu geben. Dann kommen wir mal dazu, was du mir denn schreiben musst. Was brauche ich denn, um das Portfolio von dir zu analysieren? Und zwar brauche ich erstmal den Gesamtwert. Ganz, ganz wichtig ist, bitte gib mir nicht ganz genau, haargenau alles an. Nehmen wir mal an, du hast 3.450 Euro in deinem Portfolio. Dann gibst du mir einfach die Information rund 35.000 Euro. Dann gibst du mir deine Anzahl der Kryptos an. Das bedeutet einfach, wie viele Kryptowährungen hast du. Du hast beispielsweise 17 Kryptowährungen. Dann gibst du mir da Bescheid, ich habe 17 Kryptowährungen. Oder du sagst mir, ich habe 5 Kryptowährungen. Dann hast du 5 Kryptowährungen und gibst mir das ebenfalls Bescheid. Somit kann ich das schon mal sehr, sehr gut einordnen. Dann gibst du mir die Menge deiner Kryptowährung an. Das heißt, du listest mir das am besten auf. Ich habe am Ende nochmal ein Beispiel verpackt, damit das auch wirklich klar ist. Aber bei der Menge der Kryptowährungen nehmen wir mal an, du hast 10.000 Algorand. Dann schreibst du mir Algorand, 10.000 Stück hin. Dann hast du beispielsweise 5,2 Ethereum oder 5,214. Je nachdem, da gibst du mir bitte einfach nur kumuliert den Wert an. Ethereum, 5 Stück beispielsweise. Das ist für deine persönliche Sicherheit. Denn wenn du mir hier deine 100%ige Anzahl angibst, deine 0,4673 Bitcoin oder so, dann kann man das dennoch recht gut tracken. Und genau deswegen bitte einfach nur die kumulierten Anzahlen geben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ebenfalls auch die Gewichtung. Das heißt, du gibst mir einfach folgendes an. Dein Gesamtwert. Hey, ich habe 35.000 Dollar im Portfolio. So viel ist es ungefähr wert. Ich habe 7 Kryptowährungen. Ich habe beispielsweise 5 Ether. Und diese 5 Ether machen dann 10%, 20% meines Portfolios aus. Ungefähr einfach nur als Richtwert. Aber ein Beispiel, wie du mir das zusendest, siehst du am Ende. Dann hätten wir diesen Portfolio-Teil abgehakt. Dennoch, damit das Video auch interessant ist, damit wir auch irgendwo eine Story mit dazu haben, gerne auch nochmal ein paar Informationen zu der Person geben. Wie alt bist du? Bist du 20? Bist du 35? Bist du 65? Einfach das Alter hinzugeben. Das Ziel. Was möchtest du erreichen? Denkst du für den nächsten Bullrun? Denkst du mehrere Zyklen? Möchtest du wie möglich dir damit deine Rente finanzieren? Möchtest du dich damit absichern? Diese ganzen Informationen sind für mich persönlich auch wichtig. Und um deine Situation besser einschätzen zu können. Und auch gerne nochmal deine Erfahrungen hinzufügen. Du musst mir jetzt nicht sagen, wann du was eingekauft hast. Einfach nur die Erfahrung, seit wann du ungefähr dabei bist, wie viel du dich informierst, bla bla bla. Das musst du nicht hinzufügen. Aber je mehr Informationen du mir gibst, desto interessanter kann natürlich das Video gestaltet werden. Genau der vierte Punkt, das Ziel. Du kannst das natürlich gerne auch noch erläutern. Du kannst mir gerne deine Preisziele nennen. Du kannst mich auch an sich fragen, okay, wo siehst du denn das Portfolio 2025? Wo siehst du das Portfolio im Bullrun Peak und so weiter? Dann, wie ich eben schon erwähnt habe, ist es dein Traum, dich damit finanziell sicher zu machen? Finanziell ein Polster aufzubauen? Möchtest du damit dann eine richtig große Reise machen? Ja, die Ziele, deine Träume kannst du auch gerne hinzuschreiben. Möchtest du dann weiter reinvestieren? Möchtest du vielleicht eine Immobilie kaufen? Das sind auch alles Aspekte, die sehr interessant sind, sowohl für mich als auch für den Zuschauer. Und genau deswegen kannst du natürlich gerne auch hinzufügen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Beispiel. Und zwar wurde mir das auf Instagram zugesendet. Und ich würde sagen, da mir das auch als Beispiel zugesendet wurde, wird dieses Portfolio auch mal thematisiert innerhalb des nächsten Monats. Und zwar ganz wichtig, du musst mir weder deinen Namen sagen, noch deine Adresse, noch sonst was. So ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Wie du mich anschreiben kannst, Hallo Taken, danke für deinen Content. Weiter so, kurz zu mir. Da sehen wir die Information. 50 Jahre alt, das Ziel soll sein, 2025, 2026 finanziell unabhängig zu sein. Ich investiere seit ca. 2 Jahren in den Kryptomarkt. Einfach ein paar Hintergrundinformationen geben, damit ich persönlich das auch besser einschätzen kann. Dann investiere ca. 2.000 Dollar. Dann siehst du das Portfolio hier drin. Auch eine eigene Einschätzung beispielsweise. Wie gesagt, das kannst du ja selber für dich entscheiden, wie viel Information du mir zukommen lassen möchtest. Und dann sehen wir hier eben die Anzahl und die Prozentanzahl und die Kryptowährungen. Und so kann ich ganz, ganz einfach das Portfolio selber erstellen. Denn so wie das Konzept nämlich meistens ist, Ich persönlich bilde das Portfolio auf CoinGecko nach, trage dann alle Informationen hier ein. 1.000 Link, 6.000 Veracity, 60.000 Gala. Und dann bekomme ich ja auch ungefähr diese Informationen. Ansonsten, wenn du mir das hier so gut darbietest, dann kann ich das auch einfach nehmen. Somit erleichterst du mir die Arbeit. Somit hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, natürlich auch dann mit in dem nächsten Video mit drin zu sein. Und das war es eigentlich schon. Auf diese Kriterien musst du achten. Jetzt gibt es auch noch mal ein paar Besonderheiten. Ja, bei der Bewertung, wie du eher hier reinkommst in diese Community-Bewertungs-Portfolio-Reihe. Und zwar, wie gesagt, wenn der Portfolio erstens irgendeine besondere Story hat. Und das ist für mich auch immer sehr, sehr interessant. Seit wann verfolgst du mich? Wie bist du auf mich gekommen? Beziehungsweise auf meinen Kanal gekommen? Was war dein erstes Video? Einfach diese Grundinformationen, das ist für mich auch interessant. Und somit hast du natürlich auch eine höhere Chance, hier mit dabei zu sein. Und ich hoffe, somit habe ich das kurz und knapp erläutert und erklärt, so wie du mir das perfekt senden kannst. Wie gesagt, wenn du das machen möchtest, unten in der Beschreibung siehst du das Ganze auch. Wichtige Informationen, ich kann natürlich auch nicht jedes Portfolio bewerten. Auch wenn wir jede Woche einmal ein Portfolio bewerten, mir werden mehr Portfolios zugesendet, als ich das wirklich machen kann. Genau deswegen dient euch das als Leitfaden. Ihr wisst, wie ihr die Chancen erhöht. Aber es ist eben keine 100%ige Garantie. Und mit den ganzen Informationen denke ich mal, war es das mit dem Video. Jetzt sollte alles klar sein. Und ich freue mich schon auf eure Einsendungen. Apropos, wir haben die 4000 Abonnenten geknackt. Und das führt uns dann zu einem sehr, sehr coolen Aleph Zero Deep Dive. Kurze Randinformation. Ansonsten war es das. Peace out.